So, wir sind wieder da. Bist du ready? Ich bin ready. Wir sind jetzt auf jeden Fall hier in der schönen Gruppe und werden jetzt einen Zenvo Aurora Agile konfigurieren. Mal so einen Spec machen, man weiß ja nie. Und ich glaube einfach, dass uns alle das Auto wirklich sehr positiv geschockt hat. Positiv geschockt, das ist ein tolles Wortspiel. Positiv überrascht heißt es eigentlich? Nee, positiv geschockt. Also du bist auch noch geschockt? Okay, 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 okay. Das ist so Next Step. Ganz wichtig, keine Bilder, kein Handy, gar nichts. Machen wir natürlich auch nicht. Aber was hast du denn so im Kopf? Wie möchtest du spec-technisch an die Sachen angehen? Du weißt, ich bin da, was diese Themen angeht, bin ich sehr traditional unterwegs. Und wir haben unseren Style und den liebe ich nach wie vor. Und deshalb finde ich, guck mal, was da gerade entsteht. Ja, das wird da. Deshalb finde ich, dass wir auch bei so einem wirklich mehr als besonderen Fahrzeug davon nicht abweichen sollten. Also ich würde gerne in diese Richtung wieder weitergehen. Ich stelle mir nur so gerade vor, wie es aussehen würde, so ein TSRGT neben so einem Agile. Das wäre auf dem Tisch natürlich cool. Ja. Das muss man schon mal sagen. Wir nehmen euch jetzt einfach mal mit. Das wird relativ ankert hier. Wird auch viel Hin- und Hergerede sein. Aber das ist die Reality. Ihr wolltet mehr Reality. Und jetzt nehmen wir euch einfach mal mit und werden gleich sehen, was passiert. Genau. Ich werde da mal versuchen, zwischendurch ein paar deutsche Brocken reinzuschmeißen, weil das Ganze wird natürlich auf Englisch stattfinden. Und dann gucken wir mal. Die unfaire Sache ist, durch den GT wissen die halt ganz genau, was wir wollen. Ja, das ist eigentlich fast ein bisschen früh schon, das jetzt zu zeigen, weil das ist ja schon sehr nah an dem, was es nachher danach werden soll. Ja, aber es ist am Ende auch ganz gut. Ja, aber noch, es ist super schön, dass wir so früh kommen durften. Wir haben das hier fast alles für uns. Das ist perfekt und können jetzt ganz entspannt die Themen in Angriff nehmen. Ja, vor allem, man macht sich natürlich auch so Gedanken, wenn man jetzt das Hypercar-Thema hat, ist jetzt in den letzten Wochen sehr stark bei uns. Im Köpfchen, auch Valor-Geschichten und so weiter. Und das zeigt einem wieder. Valor ist kein Hypercar. Ja, aber preistechnisch bis zu Hypercar-Niveau. Das ist eben das Problem an dem Auto. Und da überlegt man natürlich so, was ergibt es denn, wie ergibt es denn. Und wir haben das Auto damals schon in der Factory gesehen, muss man sagen. Also die Test-Molds ohne Lacken, ohne alles. Aber das jetzt zu sehen in Farbe ist ein kompletter Game-Changer. Und wie ich vorhin auch schon gesagt habe, für mich, und wir haben ja schon einige Mock-Ups, wie man sie nennt, ja gesehen. Das in der Qualität, was die hier gemacht haben, das ist sensationell. Ja, also das ist wirklich ein proper Job. Senvotion. Wie bitte? Senvotionell, ja. We create a new world. Senvotionell. Senvotionell. Trademark. Trademark. But we can talk about the license fee. Ja, das ist so cool. Könnt ihr schon mal das Set-In-Pro-Logo im Carbon sehen? Also hier sieht man jetzt schon mal sozusagen rein theoretisch unseren Speck. Set in schwarz-rote Details. Sieht geil aus. Man muss aber sagen, es ist auch eine Option, Full-Carbon-Fiber zu gehen, Optik. Aber würde natürlich nicht zum GT passen. Und man muss sagen, dass... Also für mich... Jesus Christ. Für mich persönlich wäre Full-Carbon an der Stelle zu viel, weil ich glaube, dass du dadurch, dass du das mixt, Carbon und normalem Lack, dem Auto und den Konturen des Autos viel mehr gerecht werden kannst. Wenn du alles nur... Also ich würde ihn auch nicht einfarbig nehmen zum Beispiel. Also wenn man jetzt, keine Ahnung, nur in blau oder so... Würde ich auch nicht machen. Weil ich glaube, du kommst, wirst diesem Auto, dieser Keilform, dieser... Ja, nimm mal da... Formula-Form fast... Wirst du nur gerecht, wenn du es wirklich... Oh, Top View is insane. Ja. Schaut euch das mal. I love the intake. The roof scoop. The roof scoop. It's so perfect because it's not so extraordinary. It's... It's sleek. Ja. So... Ja. Ja. And for the back part, where you have the exhaust and stuff, is it always forged carbon? And that's the only option? No, we need to... It doesn't need to be. We have some different options. This is gonna be this sort of heat-resistant carbon fiber that we're gonna use. But they're beginning to do a lot of different materials, all the different weaves for the carbon fiber, even with this high temperature. Temperature. No, it's plastic. Yeah. So it will melt. Very important question. Is it gonna spit flames? Yes. Good. It's a beach cold. That's what... This was... This was... This was a topic one on the list for... For Marle. Just flames. It's a simple and easy. Yeah. Yeah. That's true. Try the black... Black springs. Yes. So... So the links are... Sort of... Very... They only offer... We can paint or whatever. But we can of course paint the springs. And... But mainly they're using either gold or black. Ooh. Is it possible to have them in red? If you paint them? Cause I think that'd be the best option for us to match it to the pinstripes. Cause it's such a cool detail I think. Yeah. But it should kinda like stick out. Also... Dämpfer rot, ne? Yeah. What? Dämpfer müssen rot, ne? Ja. Auf jeden Fall. Ja. 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 Ich überleg... Ich überleg die... Ja. Da war das, genau. Entschuldigung, jetzt hab ich den Finger vor die Kamera gehauen. Da hatten wir das auch. Da. Ich war nämlich die ganze Zeit überlegen, wo haben wir das... Mit Lamborghini. Ja, ja stimmt. Ja. 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 Ich glaube das ist sehr wichtig, dass wir das perfekt mit der Champions League Ich weiß, wir sind in der Zwischenzeit auf beide Seiten. Wir sind große Fans für die Elektrikulatur. Ja. Ja. Und das war das erste Mal. Ich habe das erste Mal, dass ich wirklich das erste Mal noch das erste Mal gesehen habe. Wie können wir uns in Marke gewinnen, um ein Betro-Better zu werden? Ja. Ich denke, es ist einfach sehr wichtig, dass wir das perfekt mit dem GT matchen. Ja, wir können vielleicht ein Pinstripe machen. Es ist nicht die ganze Sache, aber wir können einfach ein Pinstripe die Edge machen. Das ist eine cool Idee. Oder die Agile in der Red. Oder die Agile in der Red. Ja, wir können eigentlich... Ja, wir können probably paint that und dann Sand aus der Surface. So, wir haben die Red inside der Giro. Das wäre eigentlich cool. Ja, es ist alles in den Details. Oh, ja. Oh, danke schön. Danke schön. Danke. Danke. Wir kriegen hier im Speck den Currywurst und Cola Zero. Ja. So muss das sein. Ja, ich denke, dass wir all die crazy patterns und all das. Ich denke, wir sollten es clean halten. Ich denke, es ist auch besser, dass es clean ist. Ich denke, wenn man auf dem Rad, zum Beispiel, wir hatten, mit dem Silbo an der Tür. Es gibt eine sehr spezifische Geburt, wo es schön und leicht ist. Wenn wir es hier machen, wo wir anfangen und wo wir anfangen und wo wir anfangen. Ja, wir arbeiten, wir arbeiten, und wir arbeiten. Wir arbeiten, und wir arbeiten. Wir arbeiten, so es sieht wie ein Fisch oder Drakons scale. Oh. Wir machen die Weave in diamond shapes. Danke schön. Das ist sehr gut. Das ist etwas, was wir arbeiten. Wir arbeiten, aber natürlich. Das ist jetzt eine Frage für mich. Wollen wir den Zenvo auf der Seite des TSR-GT, dann? Weil wenn sie sich mit einem anderen befinden. Ich habe den Kopf-Zero. 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 Ja. 100%. Ich habe den Kopf-Zero. Ich habe den Kopf-Zero. Ich habe den Kopf-Zero. Ich habe den Kopf-Zero. Es ist die beste. Kopf-Zero. Kopf-Zero. Es ist immer cool. Es ist immer gut. Wir können in Deutschland. Wir können auch ein paar andere Sachen mit dem Zenvo auf der Seite. Auf der Seite. Vielleicht ist es jetzt eine neue Karte. Wir haben eine neue Logo und alles. Vielleicht ist es genug, einfach nur die Hammer. Ja. Die Hammer-Logo. Das ist vielleicht ein cooles Ding. Wir können auch auf der Seite setzen. Wir können auch andere Sachen machen. Center-Lock. Mit dem Zenvo-Logo in red. Potenzial. Es ist alles in den Details. Ja. Easy. Und jetzt haben wir die Frage wieder mit den Rims. Die Gt ist der Gt. So, in-side, Pinstripe red. Ist das der... Das war... Das war so... Das war so gut. Und dann haben wir gesagt, dass es die andere Pinstripe auf dem Tisch ist. Ja. Das war so. 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 Ja. Ja. Was ist das so. Das war 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 so. Ja. Und auf dem Kaliput, der weißen Zembo-Writing wird es in der Blacken. Ja. Und auch für alle Logos. Das war so. Das war so. Das war so. Ja. Das war so. Das war so. Das war so. Ja. Das war so, Wir haben jetzt eine neue Interpretation von dem du hast, was du jetzt hast. Wir können alles aufhören. Ich denke, sind wir die Konfiguration? Ist das möglich? Ja, ich arbeite daran, um das zu arbeiten auf der iPad. Nein, weil ich nur die Bildung und es getrennt habe. Ja. Honestly, es sieht so cool. Ja, ich habe ein paar große Bilder ausgedrückt. Ich denke, das könnte sehr cool sein. Weil das ist eine Inverted Version. Es ist die gleiche, aber auch anders. Ja. Sorry, ich habe mich überrascht. Aber was ich finde wirklich cool ist, wie gut die TS aussieht. Weil die TS aussieht einfach aggressiv. Ich will dich zu essen. Ja. 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 Ich bin einfach so krank. Ich bin einfach krank. Ja. Oh, die Wallen-Maps sind so gut. Wo ist die Platz für die Nummerplatte? In der Front? Auf der Front? Du musst eine Front Nummerplatte? Wir hatten so viele Probleme hier in Deutschland. Wir können es auf der Splinter, und wir müssen es machen. Es ist nicht möglich. Es ist nur 15 Grad. 18 Grad. Sie sind so verrückt hier in Deutschland. Was ist das für die Nummerplatte? Ja. Finschrein Profi. Die Nummerplatte? Ja. Ja. Das ist nicht gut. Wir arbeiten für die Lösung für Nummerplatte. Ja. Ja. Das ist eine verrückte Frage. Aber hier in Deutschland... Ja. In Deutschland. Ja. Das ist einfach so einfach. Weil wir wissen, dass es ein Ort ist, weil wir wissen, dass es ein Ort ist, dass es ein Ort ist. Ja. Und die ganze Seite des Autos und alles. Das ist eigentlich für die größte Leistung. Wir finden, dass es nicht so gut fit ist. Ich glaube, die Briten und die Deutschen sind die gleiche. Ja. Ja. Ich glaube, es ist... Ja. Das ist auch eine große Sache. Genau. Das ist Ende des Mondes. Also... Ja. Das ist sehr cool. Du... Du lebst? Ja. Du kannst hier stehen, wenn du willst. So, etwas wie das? Ja. Ja. Das ist cool. Ja. Ja. Ich liebe das. Das Heck ist so unglaublich. Ja, ich liebe das. Das Heck ist so ein Kostbar. Ja. Wie viele Downfors produziert die Auto? Ja. Das ist jetzt 90 Kilometer bei 250 Kilometern. Ja. Das ist so. Es gibt so viele Downfors an Lowspeed. Ja. Das ist so. Das ist so. Ja. 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 Das ist so. Ja. Das ist dann nicht wahr. Das ist so. Ja. Wir haben ein langer Oberfluss. Ja. Ja. Ich habe genau Paraflug, an dem man Does das zum biebten ist. Es geht halt, aber wir brauchen eine sehr gute Abbranche für die Abbranche. Da ist es ein bisschen arguef gives있는 Abbranche, der Alterspeedraining ist. Das ist so. Ja. Da ist so. Da ist eine ganz wichtige Abbranche für Abbranche auf. Man muss die Fahrer wirklich umdrehen, um es zu fahren zu können. Das ist nicht so einfach. Nein. Manche von diesen Fahrern, die 1500 kg auf 300 kmh sind, sind fast auf hohe Geschwindigkeit oder auf kleinen Träken. Man hat nichts auf hohe Geschwindigkeit. So we're trying to generate already half of the downforce at around 150 kph, that's our aim, to really produce so much downforce in the beginning. Because 150 kph, you can definitely take some corners. And if you have 400 kph of downforce at that speed, that should at least give you another try. Not for sure. So it would be a lot of work to do this centelogs, just asking for pressure. No pressure, no pressure. Is he here? No, he's not here right now. You're a tough guy. You're a really pretty tough guy. I just need to see the full picture, I'm so sorry. It's all good. I apologize for my son. I think now that we're in your country. I apologize for myself as a friend. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. I just noticed, that's Wise. Hey! Yes, that was always it. It's not this much. It's the way that you are walking around that. It's quite perfectly scary at any time. Yes, you'll be aпол hacia them. You've got one try. Yes. You're going to build that 500. Aber das dauert ja noch einen Augenblick, das heißt, man kann noch mal in Ruhe über die Bücher gehen und dann vielleicht auch noch mal nach Kopenhagen fahren und das diskutieren. Oh, so it's not black? Coal, coal. We call it coal because it's like a metallic black and if you look at a piece of coal, it's metallic. Black is, yeah. It has this kind of clipper effect. Coal. 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 So, why don't you have two L's? Is this the correct way of spelling? K-U-L. You say coal. You say the two L's. Coal should be sweet. If you didn't know it. Let's see the interior effect here. Oh, yeah, good one. Ah, actually, no. Front splitter. Front splitter, does it continue the pinstripe? It's so hard to see from back here. Yes, sir. Ah, okay, perfect. It is. All the way through. Okay, okay. Very sorry, Ben. Sorry? I apologize. No, no. My friend was asking again. I didn't talk to him, wasn't I? About that friend. He's good. Yeah, he recalls everything. Do you not have any input, Dad? Is there nothing you're like, maybe that could be cool? No, no. For now, I'm fine. I'm waiting for the interior. Well, we need to match it with the TSR. One seat red, one black. This is perfect. I love it. So, this one, actually, just, for the interior, just kept it as it is. Oh, yeah. But we can try to set different stuff. We have a lot of aluminum pieces in the interior on this one. All can be analyzed red, of course. I think. All in red? And also, the ring around files. We can do the housing. So, if you want to see everything correct, I can show it in here. Because we have to. Oh, yes. The range is. Yes. And then, even the big part sitting in the scene. Yes. Ah, this is. No, yes. I have a different option just set up. I have an option B, which is a little bit less. So, it's just sort of the frames, all the frames around everything, even on the door handles. That's better. And then, just the frames. Like, on the configuration. Yeah. Is it possible? This is ten times better for me. Yeah, that doesn't matter. So, I signed. Yes, yes, yes. Okay. Dials. Yes. Black. And the little twisty things on the steering wheel red. Because I find that would be more racy. So, then red here? Yes. And not the... The configuration software is... It's crazy. Yeah. Ähm, you see, not scared. I say it. They love me all. Mm-hmm. Or has it. That's sometimes very close to each other. Oh, that's true. But both are okay. So, oh, yeah. Okay, you want only the front. Yes. Um... Because I feel like it's more racy. It definitely is, for sure. Because, like, the dials are such, like, an analog thing for the car, I find. Yeah. So, if that stays black, it could be nice. I think that's... It could be cool. So, just like that. Yes. Yes. There we go. I'm putting the software in this section. It's amazing. That's for now, I'm happy. Oh, also, that one in there. Yes. And, of course, here, I think that the button should stay black. Because then we have... The start-stop button is always, like, a switch. And, of course, we could do it in another color. But, again, with your spec, like, I'm in red. It's kind of the deal. But, I think, on the steering wheel, that's cool. I find cool, at least. Because it stands out, like, the features. Oh, this is okay for me. Okay. But, it's too much when you do it in the seats. Yeah. Because it never will be the red, the same... No. It couldn't be the right red to the seat pillows. Ah, that you mean. Okay. Yeah, so, I also think, if this is red, it's going to be too much. That's too much. Yeah, yeah, yeah. Which is not the same as you said. Oh. We can do... Did you notice these seat belt parts here? These are the wooden pieces. They're polished on that one. They're polished on the new one. Okay. So, we can do those red as well. Mm-hmm. To give it a bit of... Of course, they're getting a little bit close to the seat again. But, it might be a bit... Oh, the dung, the dung, bro. Yeah, the dung. You need that. Yeah, yeah, yeah. I see, I see, I see, I see. No. I'm kidding, like. Not sure about that. You? No. It's a cool feature. Oh. Oh, what now? Pedals. Oh, God. They are made out of aluminum, right? They are steel, yeah. Yeah. The thing you need to know, when... If we energize the pedals, they are quite easy to scratch. Mm-hmm. Little stones below. Yeah. And that's why we're actually using steel. Of course, it's a little bit heavier. We're just using, like, 2mm steel. Mm-hmm. And wrap it with some really solid... Maybe, yeah, maybe that's... That's a good idea. Yeah, that could be an option. Does the car not have a rear-view mirror? There will be a rear-view screen in the car. Right now, we don't have one set up here. This area, we will have a little screen set up there, so we have a rear-view camera. So, all the time. But that will come. Okay. Interior-wise, I think that's quite good. Mm-hmm. I'm just worried that that will not match with the GT, then. Because there we went the one red seat, the one black seat. Yeah, we do like that. But it's not produced already now, so we can change it. Because it looks, in the Aurora, it looks better. For me, it looks better. I can show you one red seat and one black seat. Ah, that's too... No. No, because... No. 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 It is a bit more of a sort of drive-zone focus, but I also know how many people don't like the asymmetry. that you create, and it is sort of, you know, people don't like it. Okay. Good way of putting it. I like it. It's a nice thing. I'm not the only one who needs to like it, sadly. What do you think? No. No. I'm boring. I like the boring style, like before. This is a bit more subtle differences between this one compared to this one, because this is leather. We can also do the leather on the other one, have red leather and black leather, if you want that, and, but of course the leather has a bit more shine to it, so it is a bit brighter, so this one is going to look a little bit more subtle, as you can always see here on the grid, it just is a bit more subtle contrast between those two. I don't think that works with the seats. No. Yeah, that's cooler. It's so much better. Yeah, yeah. On both sides. Okay, this one we can do that with. I'm not sure. I think we have also to think about the… Yeah. The GT? No. The GT is perfect. We discussed it. I drive the GT, you drive that. But I have to wait. Yeah, so you have the waiting time, but I have my seats. I do the run-in with the GT. That's fine, you can do the running-in. No, this is… Yeah, let's do it that way. Be honest. Yeah. Luis? I'm a private broker. He's not going into that discussion. Sometimes it's better, too. Yeah. He's very smart now, too. Ah, that's so cool. The design is… Insane. Yeah. Is there any visible… I have no words. Visible screws in the spoiler? In the spoiler? There's… There's going to be some underneath, but that's… What material? Flush. That flush would be better. What material? Titan. That's actually the EP, right? Ah, that's the question, okay, yes. Yeah, we can make them red. And, you know, these ones, I guess. Yeah, we have these big bolts. Yeah, 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 yeah. Literally, those little bolts in red. Yeah. I don't know why, but I find that cool. How do you look? Details like this. I like a lot. Yeah, and also the lower strut. Beneath the one you just did. That looks like a bigger… Which? So, the big… Yeah, yeah, yeah. Oh, this one. That one, that one, yeah. Yes. That is so good. But this is fixed? No, that moves. That is… The whole thing? Oh, okay, okay, yeah. So, you can see here… Yeah, 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 I see. I see, I see, okay. So, I can actually… I think you can… Yes. …do like this thing. Oh, yeah, yeah, yeah. Okay, okay, okay. The configurator is… Insane. Yeah. Okay, this is cool though, right? Yeah. This is cool. What do you think? I… I like this idea. Okay, good. I like getting this… On this counter, you're showing so much of this drill. Alex. The Danish people always love red. Danish people always love red. I like that. You could do something like… Yeah, I thought about that one just now. No. Because then it sort of fits together, so you have… The hinge is black and then the… The broad stuff. You have to push what… Perfect. It's weird. Perfect. Oh, yes. Mmm. That is lovely. I think it's nice to… Because it's highlights of the car. Yeah, exactly. Highlights of the car. That's… That's actually pretty cool. I meant to add this feature to the… No, you don't, because only we will have it. Ah, right. Makes life easier. Makes our car a bit more special. Yeah, that's cool. Yeah. I'm thinking a little bit with this… Same. I'm not sure about it. Looks a little bit like a… Robo. Yeah. Yeah. Yeah, it's a little… So maybe just… We should keep it like… Yeah. 100%. When it's a close up, it's cool. Yeah. But from far away, it looks very odd. It looks like a tie. Yeah, exactly. Maybe we'll just do an all black nose handle on it. No, no. That was a joke. I would never do that. Oh, Alex. You crashed everything here. Oh. Oh. The front splitter. Those winglets. The two… These two? Yes. Because when you look at the real car, you don't really see them. Only if you properly focus on them. Yeah. What if you put a very, very, very thin red pinstripe along those to just give it a bit more aggressive stand? Yeah. I could… I can… I can do that. I will do it… Sometime. Sometime. I will do it, but yeah. Yeah, yeah. I will sit down. I just find it cool to put all those aerodynamic and technical features to kind of highlight them a bit. Yeah. That makes it special. I think it's the same at the rear. Then we need to work on the rear as well. Actually, at the inside and the future, we have these two things. Maybe… No, that's too much. Too much? 100% too much. Yeah. You know those people who have those red lines on the SVJs? It always looks too much. Okay. And it's kind of similar from the slats. And what about the wing here? I just… That's lovely. That's beautiful. Very beautiful. We actually also have another option of a red stripe running around here in the back edge. I can just show it here. Wait. Would make sense because on the GT we have the engine bonnet outline in red. Yep. 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 I think you guys should hire me for specs. Yeah. Yeah. Give me colors and it's gonna turn out really bad. It's funny you have a lot of requests for test drivers… Nicht für Konfiguration, das ist neu! Ich denke, das ist perfekt. Wenn du einen Test-Driber brauchst, dann kannst du mit dem Fahrrad fahren. Da ist die Linie. Da ist die Rolle. Ja, so wenn der Rimm ist, dann ist es perfekt. Ich denke, wir haben auch die Tiffany Blue. Tiffany Blue? Tiffany Blue mit Tiffany Blue Interieur. Oh, das ist cool. Das ist wirklich cool. Es ist nicht so cool. Es ist wie ein G-Wagon. Wenn wir das so machen, dann muss ich das machen. Erstens, muss ich sagen, wie das ist. Ja. 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 Aber dann ist es so, hey, he might have blocked his mind oder so. Ja. Dann ist es so, wenn wir es so machen. Ich sende dir Bilder. Ja. Es ist sehr cool. Und ich denke, dass dieser Fahrrad, die es sehr gut ist. Es hat all die Carbon Fiber und so. Ja. So viele Kontraste. Es könnte zu viel sein, wenn du ein SUV oder so. Ja. Das wäre zu viel. Aber das ist eine Sache. Ich denke, dass es sehr gut ist. Ja. Das ist sehr cool. Also eine Fahrrad geht zu Miami. Ja. Es gibt ein paar. Das ist Naples. Florida. Ah. Florida. Ja. Ja. Ich bin sehr glücklich mit dem Speck. Ich auch. Ja. Ja. Das ist wirklich wirklich cool. Ja. Ja. Wow. Das ist sehr interessant. Ja. Das ist... Du kennst die Edition 1? Äh die Bilder? Ja. Ja. Mit dieser Fahrrad. Oh. Actually, Louis kann das wahrscheinlich machen. Ja. Edition 1. Kennst du die? Die, die diese von oben machen? Ja. Die sind. Das kannst du machen oder das ist doch nicht so ein großes Gerät. Jetzt mal ehrlich. Ich würde noch gerne eine Cooler Zero nehmen, bitte. Eine Cooler Zero? Ja. Zwei Cooler Zero? Ja, warum nicht. Frederik? Fünf? Ich denke, jeder. Okay. Pushka ist aus, für Selling Cars. Eins, zwei, drei, fünf. Fünf, bitte. Und Pushka? Er ist Selling Cars, ich denke. Okay, gut. Er ist Selling Cars. Ja. Ja. Ja, gut, ich denke. Let's do something in Germany. Genau. Das ist sozusagen das Weg, den wir gut finden. Also das ist zumindest erstmal die Basis, um nochmal an den Details zu arbeiten. Genau. Wir müssen eventuell jetzt nochmal den GT ein bisschen überarbeiten. Da bin ich sogar sehr davon überzeugt, dass wir das nochmal machen müssen. Da müssen wir uns nochmal hinsetzen zu zweit, weil ein gewisses Matching wäre natürlich schon schön. Das wird mit dem Rot immer nicht ganz einfach werden, aber das ist natürlich auch krass. Der Konfigurator ist der Hammer. Den will ich auch haben. Der ist, glaube ich, nicht ganz preiswert. Nee. Aber das Auto auch nicht. Nee, das stimmt. Wie gehen wir jetzt mit dem Auto mit, wenn wir die fragen? Na, ich glaube, das ist ein lizenzrechtliches Problem, ja. Na ja, auf jeden Fall, das ist der grobe Speck, wie das Auto aussehen könnte. Natürlich, rein theoretisch, man weiß es nicht. Aber, ich glaube, es wäre eine sehr weise Entscheidung, einen Stift zu zücken. Na ja, du hast ja schon einen Stift gezückt, den durften wir sogar mitnehmen. Ach so. Bis das Ende vom Video war. Ah, the Rears. Ich würde jetzt aber schon mal ein Outro machen, oder? Wir wollen ja auch nicht zu viel zeigen. Nee. Das war jetzt schön uncut. Ihr wart jetzt schön dabei und habt hoffentlich alle zugehört. Wenn mir wieder jemand rumjammert hier mit, ich kann kein Englisch, ne? So langsam ein bisschen was muss man verstehen. Nein, das denke ich schon. Außerdem sind die Bilder ja auch selbsterklärend und selbst sprechend. Vielleicht kriegen wir bis dahin auch ein bisschen PDF-Sachen dazu. Dann können wir ein bisschen was einblenden, macht es vielleicht leichter. Genau. Deswegen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Abonniert, kommentiert und teilt das Video bitte. Bis dann los. Tschüss. Tschüss.